Thomas Saturanski absolviert derzeit seine dritte Saison im Trikot der Washington Wizards. Zuvor spielte der tschechische Guard für den FC Barcelona. Bei Spox und Goal zog der große Fußballfin im Rahmen des London Games einen Vergleich zwischen Superstars beider Sportarten. Das Spiel der Wizards gegen die New York Knicks wird am Donnerstag um 21 Uhr auf Spox und DAZN im Livestream gezeigt, kommentiert von Pamertes AK und weiteren Special Guests, ob ich Team Messi oder Team Ronaldo bin. Ich bin Team Messi, sagte Saturanski zu Spox und Goal. Wenn ich einen Messi des Basketballs benennen sollte, wäre das für Kobe Bryant. Liebren James würde ich eher mit Cristiano Ronaldo vergleichen, weil er physisch so dominant ist. Messi ist für mich mehr wie Kobe. Saturanski spielte von 2014 bis 2016 für Barcelona, bevor er zu den Wizards wechselte. Diese wählten ihn 2012 im NBA-Draft in der zweiten Runde aus und holten ihn 2016 dann endgültig über den großen Teich. Im Gespräch blickte der Gart humorvoll auf seine Zeit in Barcelona zurück. Wir haben uns das Trainingszentrum mit den Fußballern geteilt, aber sie waren immer ziemlich versteckt, sowohl vor den Medien als auch vor uns, so Saturanski. Ich erinnere mich, wie die Fans auf die Fußballer gewartet haben. Wir kamen raus, und sie schrien nur, die wollen wir nicht, sie haben nur auf die Fußballer gewartet, Saturanski fuhr fort, aber es war eine echte Familie in Barcelona. Neymar und Piqué sind zum Beispiel ebenfalls große Basketballfans und Piqué war oft bei unseren Spielen. Im Spiel gegen die Knicks trifft Saturanski auch auf einen alten Bekannten, Mario Helsonja spielte ebenfalls für die Katalanen, bevor er 2015 in der ersten Runde von den Orlando Magic gedraftet wurde.